ARUG 2 bezeichnet eine große Reform des Aktienrechts. Die Reform beruht auf einer europäischen Richtlinie, der zweiten Aktionärsrechte-Richtlinie. Diese Richtlinie veranlasst einen erheblichen Umsetzungsbedarf im Wesentlichen in vier Bereichen des Aktienrechts. Das ist zunächst der Bereich Vorstandsvergütung und Aufsichtsratsvergütung anzusprechen. Der Gesetzgeber versucht hier mehr Transparenz zu schaffen und die Einflussmöglichkeiten der Hauptversammlung zu verstärken. Zweitens kann man die sogenannten Related-Party-Transactions nennen. Das sind Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen, aber auch mit nahestehenden Privatpersonen, natürlichen Personen, die besonderen Kontrollmechanismen unterworfen werden. Drittens richtet sich die Reform darauf, die Beteiligungstransparenz zu stärken. Wird meist unter dem Gesichtspunkt Know-Your-Shareholder diskutiert. Und der vierte Bereich betrifft sogenannte Proxy-Advisor. Das sind Intermediäre, etwa Fondsgesellschaften, die erstmalig im Aktienrecht breitflächig Verhaltenspflichten unterworfen werden. Wir haben den Gesetzesstand umfassend aktualisiert. Das heißt, wir kommentieren das Gesetz so wie es seit dem 01.01.2020 gilt. Wir haben alle Bereiche der Reform umfassend kommentiert. Wir greifen den gesamten Reformdiskurs auf, der schon seit einigen Jahren geführt wird und machen in den uns wesentlich erscheinenden Problemkonstellationen argumentativ fundierte Vorschläge für mögliche Lösungen. Da scheinen mir zwei Charakteristika interessant. Erstens, wir sind ein kompakter Kommentar, einbändig, der noch gerade so in eine Hand passt. Zweitens, wir versuchen ungeachtet der Bedürfnisse des kompakten Kommentars eine gewisse Argumentationsstärke zu präsentieren. Das heißt, wir versuchen für jede Problemsituation, die zentralen Argumente und die überlegenen Lösungen herauszuarbeiten. Das sind im Prinzip alle, die sich mit Gesellschafts- bzw. Aktienrecht beschäftigen. Vor allen Dingen sicherlich Anwälte, darüber hinaus Unternehmensjuristen, aber natürlich auch Richter und schließlich sicherlich Studenten, die sei es im Schwerpunktbereich, sei es bei einer Doktorarbeit oder in anderen Bereichen des Studiums mit dem Gesellschafts- oder Aktienrecht in Kontakt kommen. Ich bin seit langem Gesellschaftsrechtslehrer und errichte Gesellschaftsrecht in allen Bereichen. Für mich ist das Aktienrecht so etwas wie die Krone des Gesellschaftsrechts. Das Aktienrecht betrifft hoch regulierte Gesellschaften, betrifft die großen Unternehmen, betrifft eine ganze Fülle von auch gesellschaftlich relevanten Streitfragen. Und deswegen ist das für mich als Wissenschaftler eben eine besonders spannende und attraktive Materie. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.